Ja, und da haben wir diesmal ganz besondere Tiere und zwar kleine Wüstenrennmäuse. Ich weiß gar nicht, ob man die anfassen kann, nicht, dass sie mir in den Finger beißen. Da warten hier im Dresdner Tierheim gerade mehrere Tiere, fast zehn Stück, auf ein neues Zuhause. Muss man sich vorher gut informieren, weil die brauchen so ein spezielles Gehege, die brauchen viel Platz, die brauchen eine gute Einrichtung in ihrem Gehege, auch spezielles Futter. Aber wenn man sich für die kleinen Wüstenrennmäuschen begeistern kann, sind übrigens die Mäuse, die nicht riechen, wenn man sie immer schön ordentlich sauber macht, dann einfach mal hier im Tierheim vorbeischauen und dann vielleicht ein oder zwei, ich habe schon so angepasst, ein oder zwei mit nach Hause nehmen.